Was geht Freunde? Wir ranken heute alle 18 Heimtrikots aus der 2. Fußball-Bundesliga aus der Saison 24-25. Let's go! Wenn euch das Format gefällt, dann folgt mir gerne für mehr Videos. Platz 18 geht für mich ganz klar an Jan Regensburg. Sehr, sehr schlichtes, langweiliges Trikot in meinen Augen und dann noch der Sponsor, passt überhaupt nicht rein, 18 Regensburg. Platz 17 geht an Elversberg. Die Kaiserlinde im Trikot gefällt mir überhaupt nicht, sieht einfach aus wie ein Farbklecks. Das Nike-Trikot an sich ist ganz okay, aber reicht nicht für höher. Platz 17, Elversberg. Platz 16 geht an Greuther Fürth. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen horizontalen Linien und dann noch dieses Verwaschene von Grün in dieses Hellgrüne. Gefällt mir nicht, der Sponsor passt auch null rein, deswegen Greuther Fürth auf 16. Platz 15 geht an SV Darmstadt. An sich gar kein verkehrtes Trikot, aber diese diagonalen Schreifen sind einfach ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Es ist zu wild, zu unruhig, deswegen für mich Darmstadt auf 15. Platz 14 belegt Braunschweig. An sich überhaupt kein verkehrtes Trikot, aber die Farbkombinationen, die sind es einfach nicht. Blau und Gelb zu kombinieren ist sehr, sehr schwer und dann noch dieses Fahnenmuster am Bauch schwierig. Deswegen Braunschweig für mich auf Platz 14. Platz 13 geht an den 1. FC Köln. Das Trikot ähnelt sehr stark an das Trikot von letzter Saison, aber es sind ein paar Details dazugekommen. Finde ich an sich nicht schlecht. Sehr, sehr schlicht gestaltet. Gefällt mir an sich gut, aber reicht nur für Platz 13. Platz 12 geht an den SSV Ulm. Sehr, sehr geiles Trikot in meinen Augen. Diese Nadelskreifen in schwarz gestaltet und der Sponsor kommt eh richtig gut. Auch sehr, sehr geiler Sponsor in meinen Augen. Deswegen für mich Ulm, cleanes, solides, geiles Trikot für mich hier auf Platz Nummer 12. Platz 11 geht an Hannover 96. Ein sehr, sehr gutes Trikot in meinen Augen auch. Leichte diagonale Schreifen, aber die diagonalen Schreifen haben einen Sinn. Sie sind zu der 96 angepasst und sieht extrem gut aus. Auch die Details am Kragen oder am Ärmel mit dem Vereinsfarben noch vorhanden. Der Sponsor ist gut eingebracht. Deswegen Hannover, grundsolides, starkes Trikot, Platz 11. Jetzt kommen wir schon zur Top 10 und wenn euch das Format gefällt, dann folgt mir doch gerne für mehr Videos und lasst doch gerne ein Like da. Let's go, Platz Nummer 10 geht an Fortuna Düsseldorf. Oh mein Gott, ein sehr, sehr starkes Trikot in meinen Augen. Mit den schönen vertikalen Schreifen in verschiedenen Rottönen. Sehr, sehr clean gestaltet. Fortuna Wappen kommt sehr gut rüber. Auch der Sponsor gut eingebracht. Vielleicht einen Tacken zu groß, aber sonst mit der Hose und Stutzen kommt das Trikot extrem nice. Fortuna auf 10. Platz 9 geht an das Heimtrikot vom Karlsruher SC. Was ein starkes und detailreiches Trikot vor allen Dingen. Nicht nur der weiße Halskrank und der weiße Ärmelbogen kommen extrem gut, sondern auch das Stadtwappen und das KSC-Logo ist Ton in Ton im Trikot versteckt. Kommt sehr, sehr gut. Deswegen für mich, der KSC verdient auf Platz Nummer 9. Platz 8 geht an den 1. FC Nürnberg. Was ein cleanes Trikot. Kein Schickimicki, nicht viel reinkombiniert, keine Schreifen, nichts. Das Trikot ist clean, sieht gut aus. Schöne Farm, schöne Vereinsfarm. Passt zu Nürnberg. Der Sponsor ist gut eingebracht. Adidas, eh ein guter Ausrüster. Das Wappen kommt sehr gut rüber. Deswegen für mich, Nürnberg, sehr cleanes Trikot. Platz 8. Platz 7 geht an den SC Paderborn. Sehr, sehr starkes Trikot in meinen Augen. Sehr, sehr schöner Blauton. Und dann noch der Dom mit eingebracht unten am Trikotrand. Die schwarzen Ärmel gefallen mir eh zu 100%. Der Sponsor ist gut eingebracht. Auch vielleicht einen Tacken zu groß. Aber sonst rundum solides, starkes Trikot. SC Paderborn absolut verdient auf Platz Nummer 7. Platz 6 geht an das Halmtrikot von Magdeburg. Auch ein sehr, sehr starkes blaues Trikot. Auch mit dem Magdeburger Dom. Sehr geil eingebracht. Und dann noch die Ärmel ein bisschen verrückter. Aber was verdammt gut ist, ist der Sponsor. Der ist gut eingebracht. Genauso wie das Wappen. Das sieht man wunderbar. Auch der Kragen ist eine Schönheit. Sehr, sehr geiler Kragen. Für mich Magdeburg verdient auf Platz Nummer 6. Jetzt kommen wir schon zu Top 5. Und Platz Nummer 5 belegt bei mir die Hertha aus Berlin. Sehr, sehr schönes und schlichtes Trikot, muss man tatsächlich sagen. Wenn man das Trikot aus letzter Saison vergleicht, auch ein vernünftiger Sponsor dieses Jahr. Es passt einfach zu Hertha. Diese Streifen sind sehr, sehr schick. Sehr retro-lastig angelehnt, finde ich. Oder in meinen Augen. Das Hertha-Logo finde ich geil, dass das in diesem weißen Streifen mittendrin ist. Ist nochmal einen Tacken auffälliger. Deswegen für mich Hertha geiles Gesamtpaket. Platz 5 absolut verdient. Platz Nummer 4 geht an den Hamburger Sportverein. Freunde, umso öfter ich mir dieses Heimtrikot angucke, umso geiler wird es. Sehr, sehr geil. Alle Vereinsfarben sind mit reingebracht. Und dann noch das Gründungsjahr in diesen horizontalen Streifen mit eingebracht. Das kommt so, so gut und ist so geil, wenn man es weiß. Deswegen für mich, der Hamburger Sportverein, echt cleanes Heimtrikot. Platz 4. Jetzt sind wir schon an der Top 3 angelangt. Und Platz Nummer 3 geht an ein Klassiker. An Königsblau. An FC Schalke 04. Dieses Heimtrikot ist mit Abstand das beste Heimtrikot, was Schalke in den letzten Jahren rausgebracht hat. Sehr, sehr geil. Auch der Kragen. Eigentlich bin ich überhaupt kein Fan von diesem Kragen. Aber der Kragen ist sehr gut ins Trikot eingebracht. Das Trikot gibt mir irgendwelche Champions League Vibes. Ich weiß nicht warum. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann noch diese kleinen Schalke-Logos im Trikot mit eingebracht. Ton in Ton sind die. Sehr, sehr geil. Auch geiler Sponsor. Er passt zu Schalke irgendwie. Das Adidas-Logo kommt sehr gut. Deswegen Schalke 04. Königsblau. Sehr, sehr geiles Trikot in meinen Augen. Schalke absolut verdient auf Platz Nummer 3. Platz Nummer 2 in dem Ranking gehört Preußen Münster. Was ein geniales Trikot. Genauso wie bei Schalke. Der Kragen ist topfit. Mit der beste Kragen aus der 2. Fußball-Bundesliga. Gefällt mir zu 100%. Dann die vertikalen Schreifen. Sehr gut eingebracht. Sehr schöne Grüntöne und Weißtöne. Dann der schwarze Sponsor passt zu 100% rein. Und in diesen kleinen Schreifen sind auch noch mal die kleinen Preußen Münster Wappen oder Logos mit eingebracht. Ton in Ton. Es kommt sehr gut. Auch mit der Hose und mit den Stutzen kombiniert. Dieses Trikot ist ein absolutes Meisterwerk von Preußen Münster in meinen Augen. Deswegen für mich Preußen Münster absolut verdient in diesem Ranking auf Platz Nummer 2. Platz Nummer 1. Das schönste Heimtrikot aus der 2. Fußball-Bundesliga aus der Saison 24-25 geht an die Roten Teufel. An FC Kaiserslautern. Freunde, dieses Trikot ist eine absolute Macht aus der 2. Fußball-Bundesliga. Die abstrakten Muster brauchen wir nicht drüber reden. Passt zu den Roten Teufeln zu 100%. Passt zu Kaiserslautern. Passt zu den Fans. Passt zum Stadion. Und vor allen Dingen, endlich ist der Sponsor weg. Endlich hat der Sponsor... Okay, man muss auch sagen, der Sponsor ist auch leicht umschritten. Aber er passt farblich wenigstens rein. Nicht dieser grüne Sponsor. Ihr wisst ja, was ich meine. Kaiserslautern hat für mich das schönste Trikot aus der 2. Fußball-Bundesliga. Was meint ihr? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Auch der Ärmelsponsor gefällt mir sehr, sehr gut. Diese Rotkombination, diese ganzen Rottöne sehen leicht aus wie Flammen. Aber trotzdem, es passt einfach zu Kaiserslautern. Ich finde, kein anderes Trikot passt so gut zu einem Verein wie das von Kaiserslautern. Was meint ihr? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und lasst ein Like da für mehr Videos. Und natürlich vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren.